Jetzt sind Mirones zumindest und Bungie Lemming, sind eben auch beide Voll-Admins hier auf dem Server, weil ich eben einfach klar machen will, der Server ist der Deutsche als der Deutsche TS gedacht. Nicht der von HRE oder von wem auch immer, sondern es ist sozusagen der Deutsche mit internationalem Anteil, der kommen will. So, und deswegen haben hier die Old Skulls, und das ist Foxtune, der hat Admin-Rechte, Bungie Lemming hat Admin-Rechte, Mirones hat Admin-Rechte und Fury habe ich jetzt im Nachhinein mit reingenommen. Dann mach halt einfach keine Admin-Rechte. Ich wollte also wegen dem Einricht oder sowas, von mir aus kannst du mir auch einfach, falls du sagst, ja mach das und das, dann kannst du mir für eine halbe Stunde Admin-Rechte geben und mir danach wieder wegnehmen. Mir geht es nicht um den Admin, es war halt vorhin ein bisschen blöd, dass wir zu zwölft hier gesessen haben und niemand ziehen können. Genau, wenn wir schon dabei sind, ich würde, also die Jungs drüben von EDR haben das so, da können die Admins per Rechtsklick sozusagen nicht nur die unterschiedlichen Rechte vergeben und Kanäle auf- und zumachen und so weiter und so weiter, sondern die können eben auch zum Beispiel vorne vor dem Namen die entsprechenden HRE beziehungsweise EDR in Spitzkammern machen und so. So, wenn du das auch noch einrichten würdest, gebe ich dir auch gerne für zwei Stunden Admin-Rechte. Hast du gerade einen kleinen Moment Zeit, weil dann würde ich dir mal kurz den anderen TS... Und einen Channel, es gibt ja noch Channel Leader und solche Sachen, ne? Ja, aber das brauchst du gar nicht, dieses Blödsinn. Das ist nachher ja wichtig für Modell-Leute-Channel und so. Hm, aber so weit sind wir ja noch nicht. Ich hab sie gerade mal geschickt, weil was mir auch aufgefallen ist, der Server hier hat ja 25 Slots im Moment, ne? Genau. Falls wir mal mehr Platz brauchen, ich hab' ich gesagt, äh, hier, äh, Winneke und ich haben halt den anderen noch, da wären halt 100 Slots drauf. Den nutzen wir halt, den nutzen wir zu zweit im Moment. Haha, unser schöner Server. Den könnte man halt da drauf umfunktionieren. Der, das ist von unserer alten, äh, Cooperation bei EVE Online halt. Da wir das nicht mehr spielen, könnte man das halt dann einfach umfunktionieren, falls wir halt irgendwann mal mehr Platz brauchen. Ich glaube im Moment reicht's ja noch. Die könnte man auch noch ausbauen mit mehr Plätzen, dann müssen wir gescheitern. Also ich, äh, hoffe dringend, dass wir mit den 25 irgendwann mal zu wenig sind, ähm, und glaube auch, dass das der Fall sein wird. Aber, ähm, ich hab' ihn, ich hab' den Server jetzt hier für, ich glaube, ein Jahr erst mal gemietet. Ich zahle aktuell 5 Euro, ähm, ich würde 6 Euro zahlen für einen, wenn ich noch ein eigenes Banner haben will, ja, statt diesem Mist hier von 4Net-Players. Ähm, 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 und ich kann ihn ohne Schwierigkeiten dann auch aufpumpen, auf wie viele auch immer. Ich finde die, äh, ja, ja, ich finde das super nett. Und im Grunde wär's nun damals schon da gewesen, wenn ich dann auf die Idee gekommen bin, dann werten wir unseren Zauber-Shop. Ähm, aber jetzt haben wir es nun mal so. Und, äh, es hat sich herausgestellt, dass dieses navalaction.teamspeak.de ist natürlich für jeden Vollhorst, ähm, auch merkbar. Ja, ähm, also kann man sich merken und insofern passt das ganz gut. Ich hab' dir gerade im Team-Speak mal die Daten... Ja, 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 ich hab's schon gesehen. Und dann können wir ja gleich mal im Kopf lang gesehen. Da kann ich dir mal da zeigen, wie ich's da halt eingerichtet hab. Also ich könnte ja auch ganz gemein sein und eine Weiterleitung von teamspeak.navalaction.de einrichten. Ja, ich wollte grad sagen, die, äh, Adresse ist ja eigentlich Banane. Nee, aber das ist ja schon, wenn, wenn er den Server extra hat, dann, äh, ist das ja gut. Das war ja nimmer, weil wir nicht genau wussten. Ja, ja, ihr seid nur aufgefahren, weil 25 Leute könnte halt gerade nach dem Release dann sicher ein bisschen knapp werden. Ja, vor allem wenn die Steam-User dazukommen. Da darf man nicht nur den Glasen, denk ich. Aber, hab' dann kein Problem. Oh, du bist sehr leise. Ich bin sehr leise. Ja. Ja, das kann man ändern, Kollege. Gleich stehen die Nachbarn vor der Tür bei dir. Ähm, es ist so, äh, ich, also ich kann das auch ändern, ähm, und, äh, das ist, glaube ich, da, bei, äh, von Netplayers in deren, äh, geschlossenen Bereich ist es für mich ein Klick. Ja, ähm, für mich war es nur die Frage, ähm, es ein übersichtliches, ähm, Investment sein zu lassen. Und der hat sich einfach mittlerweile bewährt. Ja, der wird genutzt und es, äh, empfiehlt sich einfach sehr. Und insofern, finde ich, ist das schon eine gute Sache. Falls irgendeiner mal Lust hat, sich an der Finanzierung zu beteiligen, ähm, dann ist es natürlich auch nicht schlimm. Na, und dann würde ich die 5 Grundeuro zahlen, ähm, und der entsprechende kriegt dann, ähm, die kriegt dann auch Adminrechte, ähm, und zahlt dann eben die, was weiß ich, ausstehenden, äh, noch 2 oder 3 Euro, um das Ding, äh, unbeschränkt zu machen. Oder auf 100, äh, Teilnehmer auch hochzugucken. Was ich vorschlagen würde in diesem Fall, ähm, das, ja gut, ähm, das, jetzt noch extra was zu bezahlen, wäre natürlich doof, wenn wir den anderen Server umsonst haben können. Hm, na klar. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, ist, ähm, den als Ersatzserver zu nutzen. Das heißt, äh, das ist doch gut, genau. Gerade bei TeamSpeak hat man das zwischendurch mal, dass, äh, ein TeamSpeak-Server all down geht. Und wenn niemand da ist, um den zu restarten, dann hängst du da. Hm, ne, genau. Also, wenn wirklich mal was wäre, wie gesagt, wir haben den anderen Server dann einfach Bescheid sagen. Mir oder Winnicke halt einfach, weil wir haben auch beide Admin auf dem anderen. Oh, hab ich auch Admin gehabt, oder? Ach so, äh, weiß ich, ich hatte dir zumindest Admin gegeben gehabt. Ich weiß nicht, aber du hast mal neu aufgesetzt, oder so, ne? Ich hab neu installiert, ja. Kannst ja auch drauf kommen, dann gebe ich ihn dir auch wieder, weil ich hab, ähm, ich hab Smoke auch letztes Mal wiedergegeben. Ja, grillert die nächsten Früh nur was tun. Ja, natürlich, deswegen will ich dir den ja auch geben. Nee, nee, nee. Okay, äh, pass mal auf, dann würde ich, würde ich dich bitten, ähm, schreib in dem, im, im deutschen Forum, äh, da gibt es einen Thread, äh, über den deutschen Naval Action TeamSpeak-Server. Ähm, schreib einfach rein, dass du deinen TS, äh, als Ersatz anbietest, für den Fall, dass auf dem ersten, dass der eine kaputt ist, sozusagen, dass wir dann auf dem zweiten auch drauf können. Und, äh, dann nehme ich das in mein erstes Posting mit rein, ähm, ich hab im ersten Posting auch meine Threema-ID reingeschrieben, für den Fall, dass ich mal nicht erreichbar bin, so ohne weiteres. Und dringend ein Neustart sein muss, oder so, dass man mich zumindest auch per Handy erreicht. Ähm, das würde ich allerdings nicht machen, ähm, ins öffentliche Forum. Wenn denn in unser Forum. Weil du hast das Problem immer, dass öffentliche Foren auch von Spielern gelesen werden, die das Spiel gar nicht spielen. Und die dann gerne mal in die TeamSpeak-Sachen reinkommen. Also, ich hätte unseren Server dann halt jetzt, äh, da wir den hier ja dann sozusagen als deutschen Server haben, dann würde ich unseren halt als reinen HRE-Ersatz-Server lassen. Ja, ja, genau. Also, das macht ja auch Sinn. Oder wenn wir uns mal zurückziehen wollen. Genau, äh, allesamt. Aber diese HRE-Sache, die wäre mir wichtig, weil wir haben eine ganze Menge, äh, Spieler, die haben, die sind sozusagen jetzt gerade mal für zwei Tage in HRE drin, ja, aber die gehören vielleicht noch nicht unbedingt zum vertrauenswürdigen Kern. Ähm, und, äh, insofern, über kurz oder lang müssen wir uns einfach überlegen, ähm, sozusagen, wen wir taggen und wen nicht. Und da würde ich schon, äh, schwebte mir schon so ein bisschen vor, dass erstmal eine 14-Tage-Frist verstreichen, bis man vom Schweden dann wirklich zum HRE getaggt wird. Wie gesagt, mir ging es ja auch nur darum, dass man halt reine Gäste ziehen kann. Also, sobald jemand Tag hat, kann man denjenigen halt auch nicht mehr ziehen, dann. Außer meines Admin, Admin darf ja alle. Hier, der Wolf hat wieder einen gekillt, ne, mit seiner Fick. Hm, ich lese es, ja. Südwestig, äh, von Maginot. Er hat wohl gedacht, ach komm, die letzte Du-Raum ist alle weg. Muss ich ja wohl mal meine, äh, soll ich mit der Consti kommen, oder wie machen wir es? Ähm, wir sind jetzt mit, ich habe eine Fregatte und der, äh, Jakob, glaube ich, die Consti draußen, ne? Ja, ich habe die Consti. Achso, ihr seid aus dem Kampf raus. Ach ja, und wer möchte noch in die Gruppe, der darf auch gerne einen Clan-Nix machen, bitte. So, ich bin da mal aufgerutscht, ne? Jo, bis dann. Jo, gute Nacht. Eben sagt jemand, er wollte in die Gruppe, aber da waren wir gerade im Gefecht. Ähm, kommst du ganz kurz dann auf den anderen TS, Alons? Dann, du, nur, dass man, weil ich, ich bin dann nämlich gleich auch mal aus dem TS raus. Achso, okay, alles klar. So, Philius, du hast gerade was angegriffen, oder wurde es angegriffen? Ich bin gerade in einem NPC-Kampf, völlig unwichtig, ich spring gleich raus. Hm, gut, dann springe ich jetzt erstmal wieder nach. Gustav, ja, rein und, ähm, verstärkt euch gerne gleich mit der Constitucie. Wir brauchen ja, ich denke ich mal, nicht lange, ist ja nur kurz, äh. Aber, ich denke, wer ist denn jetzt hier Pinningsraher? Wo hast du denn denn her? Der hat einen X im Kran gemacht. Was ist der hier im TS? Weiß ich nicht. Nie eins, Zeit. Aber wenn er einen X gemacht hat, dann wird er ja wahrscheinlich gut sein. Ihr habt ja noch kurz eine Minute Zeit und habt ihr Crafting ausübricht? Nein, leider nicht, keine Crafting-Hours. Ich habe Crafting-Hours übrig, da kann ich dir gerne, ich habe irgendwie 800 oder so noch. Oh, jetzt Pinnicker, ne? Ne, das ist jetzt, ähm, Störtebecker. Das ist jetzt, äh, Störtebecker, genau. Ja gut, dann können wir dann später. Okay. Sowieso nicht genug, um noch eine Fregatte zu bauen. Ja, na, was so? Ja, na, was so? Wir haben im TS beide Namen. Zum Beispiel bei mir Morit Benecke. Das ist der erste Name, das ist eigentlich mein normaler Teamspeak-Name, wie auch immer. Und Benecke halt im Spiel. Oder ein Klammern dahinter oder sowas. Ja, ich habe einfach Spielername und, äh, Forum-Handle genommen. Ja, oder so, passt doch auch. Weil da früher war dann immer so, oh, und jetzt Regeln und das muss dann so sein und da muss der Clan-Tag davor und dann mit Eckigen und nicht mit Runden klammern und, oh, näher. Also ich finde, solange man das erkennen kann, reicht das dicke. Also bin ich jetzt persönlich der Meinung. Das ja gehen jetzt den Wolf, äh, umbringen, sehe ich das richtig? Oder wollt ihr NPCs schießen, heute? Ach, ich finde mal, ich würde NPCs schießen. Okay. Bringt da ja nichts in die Axt jetzt eine halbe Stunde, bis du den gestellt hast, sondern dann haut er aus dem Gefecht ab. Tja, da kommt er nicht raus. Dann muss noch ein Schiff auftauchen, was ich lohne. Ja. Und was wir schaffen. Wolltest du, wenn es bloß eins ist, schaffen wir auch eine Sertrader auch mal. Ja, haben wir eben eine geschossen. Oh, schick, schick. Ich glaube, ich habe noch keine gesehen. Also wenn du, wir sind jetzt hier nach, wo war denn das? Wir hatten Missionen gemacht bei Fort Bay. Und da war auf jeden Fall auch eine Sertrade, die der Kummer hatte. Irgendwie da. Und wir waren gestern, ähm, Richtung, äh, Camp Duvoy. Und dort fahren viele französische Sertrade der Solo rum und Constitutions auch. Ja, ich dachte gerade Constitutions, aber es ist, äh, Schwäbisch. Ja. War schon die Freude groß, ne? Ja. Das richtige Schiff, falsche Nation. Ja, guck mal, da wäre eine große Flotte, aber zwei Constitutions, eine Bellepool, eine Renommee, eine Brigade, eine Mercury und eine Snow ist ein bisschen viel. Ja, das ist die dänische Hopplotte da, die hier vor Philipsburg rumäuert. Ja, ich würde sagen, fahren wir einfach eine Orangestadt mal hoch hier. Da wird doch bestimmt irgendwas sein. Wenn es genau hinten windet. Wie immer halt. Links sind eine Schwedische. Da haben wir noch 1200 bis zum nächsten Rennen. Ich glaube noch. 20.000. Die Hälfte habe ich fast bescheuert. Betray das Bild, yay. Also krass, ey, 48.000 Erfahrungspunkte für das nächste Level, das wollte halt ziemlich rein. Lange, nee. Aber danach kann ich halt noch Victory fahren. Jupp. Aber Pavel, nachdem, worauf ich Lust habe. Das geht echt schnell mit dem Level, richtig schnell. Ja gut, das ist ja auch noch gewollt. Das wird viel schwieriger. Ja, schon gesagt. Wenn es gibt, es ist halt, wenn es gibt, es ist halt, wenn es gibt, es gibt, die Ballona, die kannst du eigentlich, nee, oder? Ballona, ja. Beton kannst du eigentlich voll in die Tonne drücken, weil es für die keinen Rang gibt. Mit 500 Mann kann ich Constitution fahren, aber keine Third Rate, da habe ich zu wenig. Mit 800 brauche ich keine Third Rate fahren, weil ich da eine Barvel fahren kann. Ach, das Captain, per Flux Cap, hast du da 500, oder wie schaffst du das? Genau, 500. perfekt für eine constitution aber scheiße für eine server die 600 irgendwas hat ja da müssen sie noch mal was anpassen mit den crew ich finde so eine fregatte könnten sie auch schon abcapten leuten und machen ja aber die richtige fregatte meine ich jetzt mal gut aber das muss ich ja auch weil zum beispiel cadet auf henrich da kannst du nichts anderes fahren das bleibt alles gleich ich bin dann klar mal ein bisschen afk jakob falls du dann nachher das mit dem kraft noch machen wir ja wenn ich wenn ich dran denke ansonsten wenn heute das nicht schlimm wird dann erst mal bis später ich habe übrigens einiges in den shop reingestellt an crafting materialien und so weiter was hier in gustavien ja genau ich kramsch mir da mal das raus was mir was du brauchst was ich brauche und was auch günstig genug ist also ihr wisst es gibt eine liste in dem in diesem großen crafting sheet ist auf der rechten seite eine liste da ist durchgerechnet wie sozusagen bei berechnung von bestimmten einkaufspreisen zu welchen preisen man diese ganzen teile angemessener weise verkaufen kann mit zehn prozent aufschlag und so weiter an der halte ich an die halte ich mich immer wenn es so ein bisschen innerhalb von gustavien sozusagen also schweden intern ich das verkaufe ja ne aber es ist halt zum beispiel am überlegt dann halt immer ist es also ich glaube jetzt war taur drinnen da ist es halt immer so überlege ich mir halt ist es das jetzt wert da quasi die crafting auszusparen aber dafür halt mehr geld auszugeben als für das eigentliche das ist das halt nie wert kommt halt darauf an ich kenne die überlegung halt unterschiedlich aus ich meine ich dann halt vor allem sehe es ist bloß fichte der fichte habe ich da mit 1400 an lagerung das ist das fichte ist nicht das fichte ist nicht das problem das problem ist dass du für solche sachen wie college auch nicht so aber das problem ist dass du bei solchen sachen wie cordage in oakum oder cables and houses oder was auch immer iron fittings dass da dann doch eine ganze menge dadurch dass du immer diese vor fertig teile noch hast wie im tar und so dass da eine menge arbeitsstunden häufig dann rein gehen und ich habe das x-mal erlebt dass ich genau die entscheidenden zehn oder 20 arbeitsstunden eben nicht mehr hatte um gleichzeitig das fertig zu craften und das schiff zu bauen und dafür ist es ganz praktisch und wir machen momentan sowieso bei allen schiffen ungefähr an die 20 an die an die 50 prozent gewinn also insofern kann man eigentlich mit dem zeug großzügig sein insbesondere wenn man schnell noch auf irgendeinem niveau hoch will also ich bin da halt auch auch gerade fregatten da ist doch was constitution bell pro snow wo denn genau gegenwind richtung süden ich weiß nicht minute zwei noch aber brauchen wir lange kommst du denn bitte vor ist denn das bastere ok und das ist so kann nicht alles klar oranja stadt ist einfach komme ich gleich hin was der ist auch nicht so viel schwieriger aber es halt ich glaube ich habe schon fünf oder sechs fregatten gebaut namer hat noch keine blau pause gekriegt die blau pausen kommen mit ziemlicher sicherheit auf die zehnte also die haben das hier so eingestellt dass ungefähr führt auf zehn schiffe eine blueprint kommt und ich habe halt zum beispiel zwei renommee blau pausen gekriegt ja gut aber die kann man ja weitergeben sag ich mal innerhalb der glück des clowns wegen die liegt rum und ich werde so nie kaputt machen aber irgendwann halt mal los werden jetzt ist das trader was was bricht blubrind gefunden echt ja was hast denn die gefunden beim zerlegen der bricht vielleicht bist du schon losgeworden ja kreisend abnehmer ich sagte er möchte halbjahr ich ja ich auch ich auch ja die ist auch schön mit ihren 600 wenn es ist keine trader snow aber ja gut aber zum start reicht es ja wohl völlig ich habe hier mein holländisches dienstmädchen läuft die ganze zeit auf einem traders cutter allerdings natürlich nicht irgendeiner aber trotzdem so nur aufpassen dass wenn ich noch mehr mit rein ziehen wir sind auch nur zu dritt ich komme noch dazu Oh. Achso. Magst du mal ein X? Hain. Ist X richtig? Nee. Knapp daneben. Aber warum hat Hain denn X gemacht? Ach nee, ich will das auch nicht. Ach, dort hinten. Ich sehe ja die Flagge schon. Ach ja, noch was. Wenn ich eine Flotte mache oder so und da sind Leute drin, dann würde ich das gerne haben, dass die Leute, die drin sind, auch im TS sind. Gut. Wir haben da schon Situationen gehabt, wo zwei Leute komplett scheiße gebaut haben, weil sie nicht im TS waren. Ja, man kann sich da prima rammen und so. Ja, man kann sich da prima rammen. Was schafft man aber, bevor man im TS ist? Wir ziehen die Leute weg und segeln alle nach rechts oder alle nach links und dann fahren zwei wild drauf los. Und das ist echt scheiße. Immer auf Attack haben. Ähm, wie weit bist du noch bei uns? Ähm, kein Los. Boah, ey, du bist leise. Ist das Mikrofon irgendwo am anderen in deinem Zimmer? Ich dachte, wenn ich über die Shallow drüber bin, dann bin ich gleich bei euch. Okay, weil wir sind jetzt direkt vor Orangestadt und regeln Richtung Fortbeirat. Erst dort, erst dort rechts, gleich, guck mal. Hätte ich ja nie gefragt. Ich drücke jetzt Attack. Ja, dann drücke Attack. Weil wir sollten auch mal so ein bisschen für PvP, weil das ist echt chaotisch immer bei uns, so ein bisschen versuchen, uns so abzusprechen. Es ist nicht immer notwendig, aber manchmal ganz hilfreich. Zum Beispiel das Eindrehen, dass alle in dieselbe Richtung eindrehen am Anfang macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt zum Beispiel nach links eindrehen, ja. Nach rechts ist schlecht, weil da ist der Wind. Richtig. Aber es gibt ja immer Leute, die sagen, oh, wenn ich jetzt ein bisschen nach rechts drehe, dann kann ich direkt eine Breitseite rausdrücken. Und ramme dabei drei andere, deswegen. Gut, ich glaube, ich bin ja der Einzige mit Constitution, kann er sein? Nee, der Jakob hat auch einer. Nee, der Jakob hat auch einer richtig, okay. Sogar eine goldene Constitution. Gut, ich glaube, ich bin ja der Einzige mit Constitution, kann er sein?